San Francisco, Kalifornien. Ein paar Kilometer hinter der Golden Gate Bridge erhebt sich eine furchteinflößende Festung aus der Bucht der Stadt. Scarface Al Capone, Whitey Bulger, Machine Gun Kelly. Hoch oben auf einer massiven, felsigen Insel saßen über Jahrzehnte hinweg Amerikas berüchtigste Schwerverbrecher hinter Gittern. Hier, im ehemaligen Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz. Heute gebe ich euch eine kleine Tour, durch was Mitte des 20. Jahrhunderts als härtestes Gefängnis der USA galt und bis heute das bekannteste der Welt ist. Wenn es einen Verbrecher einmal hinter die Mauern dieser Festung führte, hieß es für ihn Endstation. Oder auch nicht? Bevor wir weiter den Mythos Alcatraz besprechen, möchte ich euch erst mal erzählen, wie man dort hinkommt und was so eine Tour dort beinhaltet. Anderthalb Millionen Besucher setzen jährlich Fuß auf diese Insel. Dieses Jahr war ich einer davon, beziehungsweise zwei. Beramis war auch dabei, um sich dort zwangsweise eine neue Wohnung anzuschauen. Eine Tour zu buchen ist ganz einfach. Man geht auf die offizielle Website der Alcatraz City Cruises, wählt Tag und Zeit aus, zahlt 42 Dollar und fertig. Direkt am Pier 33, wo die Fähre abfährt, gibt es keine Parkplätze. Ich habe im 55 Francisco Parkhaus geparkt, wo ein ganzer Tag 27 Dollar kostet. Ein sehr guter Preis für San Francisco Verhältnisse. Von dort waren es etwa 5 Minuten zum Pier. Versucht am besten etwas früher zu kommen, damit ihr unter den Ersten auf der Fähre seid. Nicht, weil ihr Angst haben müsst, keinen Platz zu bekommen, sondern damit ihr einen guten Platz für die Aussicht vom Schiff habt. Denn hier fängt die einzigartige Tour schon an. Auf der einen Seite die Bucht und gesamte Skyline von San Francisco, Treasure Island und auf der anderen die Golden Gate Bridge und immer näher kommende Gefängnisinsel. Dort angekommen gibt es für Interessierte von einem Parkranger eine Einführung. Danach könnt ihr euch auf der Insel in den zugänglichen Bereichen frei bewegen und so lange bleiben, wie ihr möchtet. Ich würde mindestens 3-4 Stunden für den Besuch einplanen. Alle 30 Minuten startet eine Fähre zurück, stellt euch auch hier rechtzeitig an, denn diese können wirklich voll werden. Die gesamte Insel ist ausgeschildert und es ist nicht schwer, sich zurechtzufinden. Und so macht man sich nach und nach den Berg hoch zum Gefängniseingang. Für die selbstgeführte Audiotour des Zellenblocks, die im Preis inklusive ist. Es gibt auch eine Gruppentour mit menschlichem Tourguide, die muss man aber extra vorher buchen und kostet natürlich mehr. Das gleiche gilt für eine Tour der Insel bei Nacht, was nochmal eine ganz andere Atmosphäre sein muss. Ich habe an diesem Tag die normale Audiotour gemacht, die alleine jeden Cent wert ist. Sie wird in verschiedenen Sprachen angeboten, inklusive Deutsch. Und das Gute ist, auch wenn man die deutsche Version auswählt, hört man die originalen Erzähler immer wieder im Hintergrund. Was ich wichtig finde, denn die Tour wird von tatsächlichen Wärtern und Insassen des Gefängnisses erzählt und ihr bekommt einen speziellen, interaktiven Einblick in die Geschichte von Alcatraz. 1850 Die Geschichte der Insel beginnt mitten im kalifornischen Goldrausch. Allerdings nicht als Gefängnis. Zunächst war es eine militärische Festung und bildete zusammen mit Fort Point und Line Point ein Verteidigungsdreieck, um die Bucht von San Francisco zu beschützen. Über die Jahre verlor die Insel diese Funktion und wandelte sich nach und nach in ein Militärgefängnis, welches die primäre Funktion der Festung für die nächsten Jahrzehnte blieb. 1933 sollte sich dies ändern. Durch die große Depression und Prohibition in den 30er Jahren kam es zu einer landesweiten Verbrechenswelle. Großstädte wie New York, Boston oder Chicago lagen zum Teil förmlich in den Händen krimineller Syndikate. Die Bundesgefängnisse der USA stießen an den Rand ihrer Kapazitätsgrenzen und die Zahl gelungener Ausbruchsversuche stieg immer weiter an. So kam man auf die Idee, ein ausbruchsicheres Gefängnis zu errichten. Dies wurde Alcatraz. Am 11. August 1934 wurden die ersten 137 Gefangenen inhaftiert. Insgesamt war hier nur Platz für 336 Gefangene zugleich. Und das Gefängnis erreichte niemals diese Kapazitätsgrenze. Im Schnitt waren es nur 260 und insgesamt waren es nur 1545 Männer in 30 Jahren. Im Widerspruch zu dem, was heutzutage in der Öffentlichkeit verbreitet wird, war Alcatraz auch nicht unbedingt für die schlimmsten, gefährlichsten aller Verbrecher gedacht, sondern für die, die in anderen Gefängnissen durch Ungehorsam, Gewalt oder Ausbruchsversuchen für Unruhe sorgten und ganz einfach nicht zu bändigen waren. So kam es ganz natürlich dazu, dass am Ende viele berüchtigte Kriminelle hier hinter Gittern saßen. Und von einem davon hat jeder von euch schon gehört. Zum Beispiel am Anfang des Videos. Al Capone, Scarface. Der König der Chicagoer Unterwelt. Der gerissene Anführer eines Verbrechernetzes, das dem Gesetz immer einen Schritt vorausschien. Mord, Kidnapping, Raub. Er und seine Handlanger kannten keine Grenzen. Ich kam in Chicago mit 40 Dollar in meinem Bezug. Mein Sohn ist jetzt 12 Jahre alt. Ich bin noch immer getroffen und ich liebe meine Frau sehr. Wir mussten ein Leben machen. Ich war jünger, als ich bin jetzt und dachte, ich brauche mehr. Ich glaube nicht, dass Menschen die Dinge zu verhindern, die sie wollen. Ich dachte, Prohibition war eine ungewöhnliche Wahl. Und ich mache es noch. 1929 wurde er letztendlich für Waffenbesitz verhaftet und zu einem Jahr in Philadelphias Vollzugsanstalt verurteilt. Doch sein Einfluss reichte sogar bis hinter die Gitter, welche seine Zeit dort deutlich angenehmer machte. Dies war seine Zelle. Luxuriös eingerichtet mit Möbeln, Bett, Schreibtisch und sogar einem Teppich. Nach seiner Entlassung blieb Capone nur eine kurze Zeit im Freien. 1,5 Jahre später, 1931, wurde er für Steuerhinterziehung, weil das definitiv schlimmer ist als Mord, Raub oder Kidnapping, zu ganzen 11 Jahren Haft verurteilt. Drei Jahre in Atlanta, wonach er noch stärker isoliert werden sollte. Dies führte ihn nach Alcatraz. Ohne Kontakt zu seinen Leuten, ohne Einfluss, als einer von vielen. Sein glamouröser Ruf und Reichtum wurde sogar zum Angriffsziel für andere Insassen. Und selbst Scarface höchstpersönlich blieb nichts anderes übrig, als sich zu fügen. Er arbeitete in der Wäscherei und sah seine Zeit wie jeder andere ab. Vier Jahre später war er nur noch Haut und Knochen, kraftlos und von Syphilis geplagt. Acht Jahre nach seiner Freilassung im Jahre 1938, verstarb er vermutlich an den Folgen seiner Zeit in Alcatraz. Alcatraz hat den Ruf, ein ziemlich hartes Pflaster zu sein. Es war ein Gefängnis zur Bestrafung und der Plan war, die Insassen zu brechen als Abschreckung für die Jungs in anderen Gefängnissen, sodass die sich benehmen. Das Gefängnis war dafür da, ungehorsame Schwerverbrecher wie Capone zu brechen. Einige Zellen auf der 89.000 Quadratmeter großen Insel waren kleiner als mancher amerikanischer Wandschrank. Diese konnte man sich bei guter Führung zwar etwas einrichten, aber am Ende war es ein kurzes, hartes Bett, ein Waschbecken mit kaltem Wasser, ein kleiner Tisch und eine Toilette. Auf teilweise nur 1,5 mal 2,5 Quadratmetern. Andere Zellen im gefürchteten Zellenblock D für Isolationshaft setzten noch einen oben drauf. Hier saßen nur die gefährlichsten und ungehorsamsten aller Häftlinge, die sich durch Fluchtversuche oder Gewalttaten gegen andere eine heftige Strafe einfingen. Auf der obersten Ebene befanden sich die Zellen für Langzeitisolation. Tag und Nacht leben in der Zelle. Ohne jeglichen Kontakt. Zeitweise sogar ohne Nahrung. Nur einmal pro Woche durften sie die Zelle verlassen und eine Stunde alleine im Hof verbringen. Im Erdgeschoss des D-Blocks. Fünf Zellen, in die kaum Licht fällt. Genannt das Loch. Hier verbrachte manch einer mehrere Wochen am Stück. Die grausamste dieser Zellen war die Nacktzelle. Ohne Heizung, ohne Bett, ohne Licht musste sich der Insasse hier komplett ausziehen und im kalten, dunklen Stahlkerker versuchen, nicht dem Wahnsinn zu verfallen. Verzweifelt dachte sich manch einer interessante Spiele aus, damit dies nicht passierte. Ich riss einen Knopf von meinem Overall ab, schnippte ihn weg, schloss die Augen und drehte mich einige Male im Kreis. Dann ging ich runter auf die Knie und versuchte den Knopf zu finden. Das machte ich immer und immer und immer wieder, bis meine Arme, meine Hände und Knie ganz rund waren und ich es nicht mehr aushielt. Und dann machte ich es nochmal. Wenn sie die Tür schließen, befindest du dich in vollkommener Dunkelheit. Diese Zelle bedeutete die komplette Isolation von der Welt. Und das Einzige, was du tun konntest, war zu versuchen, nicht verrückt zu werden. Zu Beginn in den 30er Jahren gab es sogar etwas, das selbst dies noch in den Schatten stellen würde. Ein altes, kaltes, dunkles Verlies unter dem Gefängnis, das ein Überrest aus den Militärzeiten war. Hier wurden Häftlinge als Form der extremsten Bestrafung für bis zu 14 Tage hineingeworfen, nur mit Wasser und Brot verpflegt und teilweise sogar an die Wände gekettet. Nachdem Ende der 30er Jahre Anschuldigungen von Misshandlungen der Insassen auftauchten, wurden diese Verliese aber für immer geschlossen. Ein Wachmann war für nur drei Insassen zuständig, was viermal so viele Wächter als in anderen Gefängnissen sind. Die Wachen und Offiziere der Insel lebten teilweise mit ihrer Familie, inklusive Kindern auf der Insel. Im Schnitt lebten etwa 300 Zivilisten durchgehend auf Alcatraz. Mehr als Gefangene selber. Und wo bist du so aufgewachsen? Ah, auf Alcatraz! Die Wärter kontrollierten jeden einzelnen Schritt, den die Verbrecher machten. Um den gesamten Zellenblock herum, auf den massiven Gemäuern, verlief ein Stacheldrahtzaun, umzingelt von mehreren Wachtürmen. Zusätzlich herrschte 180 Meter um die Insel herum eine Sperrzone für den Schiffsverkehr. Es ist, als ob es dich einquetscht. Es wird immer enger. Das kommt sicher daher, dass man in so einem kleinen Raum eingesperrt ist und nicht weitergehen kann. Du verlierst den Sinn für die Realität und du fragst dich, ob du überhaupt noch ein Teil der wirklichen Welt bist. Tag ein und Tag aus saßen die Häftlinge auf wenigen Quadratmetern. Versuche, sich zu beschäftigen, waren Schachpartien, die durch die Zellenmauer hindurch mit dem Nachbarn gespielt wurden, oder lesen. Dafür hatte das Gefängnis sogar eine kleine Bibliothek. Andere schrieben eigene Bücher oder versuchten sich mit Kunst, Malen oder mit Musik bei Laune und Verstand zu halten. Möglichkeiten sich zu bewegen, abgesehen von Liegestützen oder Kniebeugen in der eigenen Zelle oder harte Arbeit in verschiedenen Jobs auf der Insel, gab es so gut wie gar nicht. Bei gutem Benehmen durften sich Insassen am Wochenende zwei Stunden im Hof aufhalten. Mehr nicht. Es war zugleich Erlösung und Angst, da die Stimmung dort jederzeit kippen konnte. Die Zeit hier führte oft zu Schlägereien, um alte Rechnungen zu begleichen aus Frustration oder ganz einfach Langeweile. Hier fanden auch die Konzerte der Gefängnisband statt, in der selbst ein vom Knast veränderter und sehr viel kooperativer Al Capone an der Banjo spielte. Stellt euch das mal vor. Die skrupellosesten Verbrecher des 20. Jahrhunderts saßen hier und spielten ein nettes kleines Konzert zusammen. In den Jahren kam es immer wieder zu Streiks und Aufständen. Meistens war der Grund das eintönige Essen. Vielleicht ist es deswegen, warum das Gefängnis irgendwann doch den Ruf hatte, das beste Essen aller staatlichen Gefängnisse der USA zu haben. Wenn man so auf eine der späteren Speisekarten schaut, sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Auch in anderen Hinsichten hatte das Gefängnis überraschenderweise den Ruf, angenehmer zu sein als andere, wenn man sich fügen konnte. Zum Beispiel, dass jeder überhaupt eine Zelle für sich alleine hatte, was sonst nicht üblich ist und erstens mehr Privatsphäre bietet und zweitens die Chance verringert, von anderen Insassen attackiert oder misshandelt zu werden. Auch dass die Duschen, die zweimal die Woche benutzt wurden, einigermaßen warmes Wasser hatten, war besonders. Hier war allerdings der Gedanke, dass sich die Gefangenen daran gewöhnen sollen, sodass das Wasser um die Insel sich noch kälter anfühlte. Hier im Speisesaal wurde gegessen. Wie der Hof ein Platz, an dem sich viele Gefangene auf einmal an einem Ort versammelten, was immer große Gefahr für Gewalt bedeutete. Deswegen waren überall an der Decke Kanister mit Tränengas, die bei dem kleinsten Aufstand sofort aktiviert wurden. Die Dining Hall bekam den Spitznamen Gaskammer. Die Mengenzahlen von Messern und Gabeln waren strikt überwacht. Ihr seht hier links zum Beispiel an der Wand die Umrisse von Küchenmessern, die dafür da waren, dass am Ende alle davon wieder an ihren Platz fanden. Alcatraz, obwohl ich bis davor nie viel über das Gefängnis wusste, trägt der Name für mich schon seit ich ein Kind bin ein unglaubliches Gewicht. Und der Klang des Wortes alleine hinterlässt einen Eindruck. Die Bedeutung ist allerdings das komplette Gegenteil. Alcatraz bedeutet Pelikan auf Spanisch. Welches wahrscheinlich wiederum aus dem Arabischen kommt, Algatas, der Taucher. Aufgrund der Lage, Beschaffenheit und den strengen Sicherheitsvorkehrungen bekam Alcatraz auch den Spitznamen The Rock, der Felsen. Und so fühlt es sich auch an. Ein massiver Felsen auf dem Meer, von dem es kein Entkommen gibt. Ich sage euch, das Gefühl hier durch die Zellen zu spazieren ist eigenartig, schwer zu beschreiben. Sich vorzustellen, jahrelang hier eingesperrt zu sein. Ich kann nicht einmal sagen, ob es schlimm ist, dass man teilweise kaum das Tageslicht und die Welt außerhalb des Gefängnisses sah oder gut. Weil man dann zumindest nicht durchgehend daran erinnert wurde, was man da draußen vermisste. Ihr hört es gerade an meinem Ton. Als ich hier durchlief, kam in mir immer wieder Mitleid auf. Und ich musste mir immer wieder vor Augen führen. Die Männer, die hier saßen, waren keine armen, unschuldigen, bemitleidenswerten Kreaturen. Sie waren gewalttätige, grausame Schwerverbrecher, die es nicht anders verdienten. Doch wenn man versucht, sich in so eine Haut hineinzuversetzen, kann man sich leicht vorstellen, dass viele hier an ihre Grenzen getrieben wurden und alles dafür aufs Spiel gesetzt hätten, in die Freiheit auszubrechen. Sogar das eigene Leben. In den 30 Jahren von Alcatraz versuchten 36 Männer in 14 verschiedenen Fluchtversuchen von der felsigen Festung zu entkommen. Offiziell ist es niemandem gelungen. 23 wurden gefangen genommen, 6 erschossen und 2 ertranken. Die restlichen 5 wurden nie wieder gesehen und sind vermutlich den rauen Gewässern der Bucht zum Opfer gefallen. Vermutlich. Geklärt ist dies bis heute nicht. Da dieser auch in der Tour erwähnt wird, möchte ich euch heute von nur einem dieser raffinierten Fluchtversuche erzählen. 12. Juni 1962. Ein Morgen wie jeder andere auf der Gefängnisinsel. Doch bei der morgendlichen Routineuntersuchung der Zellen erlebte ein Wächter den Schock seines Lebens. Insasse Frank Morris wachte an diesem Morgen nicht auf. Der Wächter wollte ihn wecken, indem er ihn auf den Kopf schlug, worauf Franks Schädel vom Bett purzelte. Mein Gott, sie haben ihm den Kopf abgeschnitten, rief einer der Wächter durch den Zellentrakt. Aber falsch gedacht. Frank und zwei weitere Insassen in benachbarten Zellen waren verschwunden. An ihrer Stelle lagen nur Attrappen ihrer Köpfe auf den Kissen. An der Hinterseite der drei Zellen Fluchtlöcher in den Beton gemeißelt. All dies geschah am Abend zuvor. Es ist eine ruhige Nacht auf Alcatraz und alles verläuft ordnungsgemäß. Doch im Verborgenen wagen drei Männer das Unmögliche. Sie werden heute versuchen, aus Amerikas sicherstem Gefängnis auszubrechen. Frank Morris und die Anglin-Brüder sitzen für Bankraub, Drogenhandel, Einbruch und diverse andere Verbrechen lebenslänglich hinter Gittern. Alle drei wurden aufgrund mehrerer Ausbruchsversuche aus anderen Bundesgefängnissen Amerikas nach Alcatraz gesendet. Sie kannten sich bereits aus vorheriger Haft und schlossen sich zusammen, um ihre Flucht zu planen. Morris, der als einer der intelligentesten Verbrecher galt, sah schon seit er 13 Jahre alt war, immer wieder hinter Gittern. Und galt als Drahtzieher der Aktion. Seine Komplizen, die Brüder John und Clarence, wuchsen während der Weltwirtschaftskrise in ärmlichen Verhältnissen auf und gerieten auf der Suche nach einem besseren Leben auf die krumme Bahn. Monatelang planten sie den Ausbruch, der heute Abend stattfinden sollte. Ein alter Entlüfter an der Decke des B-Blocks war das zentrale Puzzlestück. Dieser war nicht wie andere mit Zement ummantelt und bot, wenn er entfernt werden konnte, das Tor zur Freiheit. Doch erst mussten die drei aus ihren Zellen ausbrechen. Durch die Gittertür? Unmöglich. Aber da war noch das 13x23cm große Lüftungsgitter an der Hinterseite der Zellen, das zu einem engen Schacht und dem Weg zur Decke führte. Mit selbstgemachten Werkzeugen aus geklauten Essbesteck und eingeschmuggelt Metallteilen graben sie sich heimlich monatelang durch die Betonmauer. Bis das Loch fertig war, verdeckten sie es immer wieder mit einem falschen, selbstgebauten Gitter aus Karton und Zigarettenschachteln. Heute war es soweit. Wachleute patrouillierten durchgehend den Zellentrakt. Diesen würden die leeren Betten sofort auffallen, was zu einem schnellen Ende der Flucht führe. Doch auch dafür haben die drei eine geniale Lösung. Aus Drahtgittern, Putz, Seife, Farbe und Haaren formten sie Duplikate ihrer Köpfe, die sie nun auf ihre Kissen legen. Der Plan verläuft reibungslos. Mühelos gelangen die drei auf das Dach und innerhalb von einer Stunde bis an die felsige Küste der Insel. Doch was dort auf sie wartet, ist das wirkliche schwerste Hindernis eines Ausbruchs. Eine als unüberwindbar geltende Wand, an der vorherige Fluchtversuche im Tod endeten. Welches Schicksal hier auf die drei Verbrecher wartete, ist bis zum heutigen Tag umstritten. Denn wenn man es irgendwie mit raffinierter Planung, jahrelanger Vorbereitung und einer Portion Glück geschafft hat, an den Wächtern und Mauern vorbeizukommen, warteten die rauen Gewässer des Pazifiks auf einen. Ein gängiger Mythos ist, dass die Flucht durch die Bucht von San Francisco deshalb so schwer ist, weil es im Wasser um die Insel von weißen Haien wimmelt. Und obwohl weiße Haie das tiefere, salzigere Wasser im offenen Meer westlich der Golden Gate Bridge bevorzugen, dauert es nur wenige Minuten für einen Great White, wie man sie hier nennt, um von der Brücke bis zur Insel zu kommen. Es passiert, dass sich einer der furchterregenden Raubfische in die Bucht von San Francisco verirrt. Allerdings sehr, sehr selten. Die meisten Haie hier sind harmlose Sandhaie. Der einzige Todesfall durch einen weißen Hai in San Francisco war 1959 und dies geschah etwa 1,5 Kilometer westlich der Golden Gate Bridge. Zuletzt wurde das Monster der Meere im Jahre 2015 vor Alcatraz gesichtet. Als es rücksichtslos eine hilflose Robbe angriff. So ein dreckiger Hund. Robben sind doch heilig. Also es ist möglich, aber unwahrscheinlich. Die wirklichen Gründe, die den Ausbruch so schwer machten, waren die kalten Temperaturen des Pazifiks. Extrem starke, unberechenbare Strömung, die sogar schon Dutzenden Schiffen zum Verhängnis wurde und die zwei Kilometer lange Distanz zum Festland durch Nebel und Dunkelheit. Klingt für viele Schwimmer da draußen immer noch machbar? Ja, die Strecke wird auch immer wieder von Schwimmern bewältigt. Pionier des modernen Fitness-Movements, Jack LaLanne, schwamm die Strecke sogar einmal in Handschellen und einmal mit 60 Jahren, während er zwei Ruderboote hinter sich herzog. Und selbst zwei zehnjährige Kinder haben es geschafft. Dies passierte allerdings immer in der perfekten Zeitspanne zwischen Ebbe und Flut und in Neoprenanzügen. Außer bei Jack LaLanne, der war einfach nur übermenschlich. Man muss sich vorstellen, in welcher Verfassung die Insassen waren. Wir reden hier nicht von einem Fitness-Ferienlager, sondern einem der härtesten Gefängnisse aller Zeiten. Ohne Zugang zu ausreichend Nahrung, Fitnesstraining oder manchmal überhaupt Möglichkeiten, sich zu bewegen. Unsere drei Super-Ganoven hatten aber auch dafür eine Antwort. Sie bauten sich aus über 50 Regenjacken, Schwimmwesten und ein kleines Boot, das sie mit einer umgebauten Ziehharmonika aufpumpten und selbstgebauten Paddeln steuerten. Am Morgen nach der Flucht war ich so glücklich wie nie. Die Wachen müssen außer sich gewesen sein. Die Freudenrufe der anderen Gefangenen konnte man meilenweit hören. Die Wärter setzten darauf, dass sie ertranken. Ich denke, sie haben es geschafft. Whitey Bulger, Schwerverbrecher und Komplize in der Ausbruchsplanung. Es gibt viele Theorien darüber, was passiert ist. So ist es eines der größten Mysterien von Alcatraz und ist bis heute nicht geklärt. Diese Flucht von Alcatraz schaffte es 1979 mit Clint Eastwood im Film Flucht von Alcatraz an die Leinwand. In den letzten 70 Jahren diente Alcatraz oft als Drehort oder als Teil der Handlung in Filmen und Serien. Unter anderem The Rock mit Sean Connery, Ed Harris und Nicolas Cage, der Schwarz-Weiß-Film Birdman of Alcatraz über den kriminellen Robert Stroud, Point Blank, X-Men und tatsächlich wurde auch das Gefängnis Azkaban in Harry Potter von diesem Gefängnis inspiriert. 1963 wurde das Gefängnis geschlossen. Nicht aufgrund der Fluchtversuche oder gewalttätigen Aufstände, sondern weil das Gefängnis nach und nach zerfiel und die Instandhaltung zu teuer wurde. Aufgrund der salzigen Seeluft und Feuchtigkeit war diese drei- bis viermal so teuer wie bei einer vergleichbaren Institution auf dem Festland und ganz einfach nicht mehr tragbar und lohnenswert. Heute ist es ein vom National Park Service geführtes Museum und Interessierte können ganzjährig den Mythos Alcatraz hautnah erleben. Davon abgesehen ist die Insel auch echt nett, hat eine super Aussicht in alle Richtungen und ein unglaubliches Artenreichtum an Vögeln. Nach der Tour kann man sich natürlich auch alles mögliche an Merch kaufen. Von T-Shirts, Tassen, Baseballbällen bis zu echten Stücken des Felsens Silber. Der Ertrag hat einen guten Zweck, die Instandhaltung der Gefängnisinsel, damit diese auch über die nächsten Jahrzehnte weitere Millionen von Besuchern faszinieren kann. Ich bin definitiv überzeugt und kann ohne Zweifel behaupten, der Besuch von Alcatraz muss auf die Liste eines jeden San Francisco Urlaubes. Und das Beste ist, ab sofort könnt ihr hier auch Beramis besuchen. Das ist doch was Tolles. Dann mal vielen Dank an euch. Ich hoffe, dieses Video anderer Art hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert. Vielen Dank an meine Partner Smilodogs und Neosubs. Danke an die lieben Patrionen, YouTube-Mitglieder und PayPal-Donationen. Vielen Dank für euren Support und an euch alle, dass ihr die Videos schaut. Bis zum nächsten Mal und Peace.